Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema R, einfache Datentypen. R wird gestartet mittels Groß R, Enter, in der Kommandozeile. In der Programmiersprache R gibt es grundsätzlich drei Datentypen. Wie auch schon im Titel steht, die einfachen Datentypen, dann die komplexen Datentypen und drittens die spezielleren Datentypen. Zu den einfachen Datentypen gehören Numeric, Integer Double für numerische Werte, zum Beispiel A gleich 10. Dann Komplex für komplexe Zahlen, zum Beispiel B ist gleich 7i plus 5. Dann Logical für logische Werte, True und False, zum Beispiel C gleich True. Dann Character für Zeichen, D ist gleich Hallo, in doppelten Anführungszeichen. Und dann zum Schluss Row für Bytes. E ist gleich S.Row, Klammer auf, zum Beispiel 68, Klammer zu. Mittels Mode, Storage.Mode und Typ Off kann man in Erfahrung bringen, welchen Datentyp ein Objekt hat. So zum Beispiel Mode, Klammer auf, A, Klammer zu. Das ist hier Numeric oder Mode B oder jetzt mal Storage Mode, Storage.Mode und C oder Storage Mode D. Das ist hier Character.Mode und dann zum Schluss nochmal Typ Off und E ist gleich Row durch Mode, Klammer auf. Dann Variable, zum Beispiel hier mal A, Klammer zu. Dann kleiner als Zeichen, Minus und dann Datentyp kann man den Datentyp im Nachhinein noch verändern. A ist normalerweise hier Numeric und das kann ich jetzt zum Beispiel im Nachhinein verändern in Character. Also Zeichen, Mode A ist gleich Character. Per S.Datentyp kann man beim Definieren der Werte schon sagen, das soll der und der Datentyp sein. Zum Beispiel Variable Y ist gleich S.Character, Klammer auf, 5, das ist normalerweise ein numerischer Wert und Klammer zu. Also Mode, Klammer auf, Y, Klammer zu. Datentyp ist gleich Character. Das gilt natürlich auch mit S.Logical, S.Complex, S.Numeric, S.Draw, das hatten wir ja schon. Und ganz zum Schluss noch mittels S.Datentyp kann man prüfen, ob ein Objekt einen bestimmten Datentyp hat, ja oder nein. So zum Beispiel ist, zum Beispiel Character, Klammer auf, A, Klammer zu. Ja, das entspricht der Wahrheit. A hat den Datentyp Character oder zum Beispiel ist Numeric, das dürfte jetzt nicht stimmen, Klammer auf, A, Klammer zu. Das ist False. Das ist Punkt, geht natürlich auch wieder mit den anderen Datentypen. Numeric, Character, Complex, Logical, V.O. Das war unser Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück.